Guck da, da ist der Hubschrauber dahinten, da ist die Graf Dinsburgs Halle da. Da ist jetzt schon was gespät. Da steht er schon auf der Wiese. Kann er gar nicht da rein. Ja, da ist das, da ist das. Da ist das, da ist das. Da ist das, da ist das, da ist das. Oh, die Mazda applaudieren hier schon. Danke Deines, danke Frauen. Vorsicht, da darf ich nicht. So meine Salami und mein Schinken. Da kann ich noch schön warm sein, da unten. Dann krieg ich nachher aus deinen Reifenritzen holen. Oh, oder so. Da hängt noch ein Stück Schinken. Die Streckensperrung, wie ist es los. Die haben sie letztes Mal neu gebracht. Ja, da lag da noch eine Rollstelle. Ja, ja. Schon mal schnell 30. Die Achterbahn. Ganz wieder verdrängt wie das hier. Das ist lange her, oder? Ja, das ist beim KV. Ja, das ist beim KV. 3 Jahre oder 3 Jahre. 3 Jahre, ja. 10, 9, wo ich erwähnte. 2 Jahre. War das hier mit dem Unfall, wo der mit dem McLaren hier reingedrückt ist? Ja, da oben. Mit der Carrera GT. Ich denke, die heulen immer um, dass die Strecke zu schnell wird. Ja, dann machen sie es mal schneller. Bleiben wir besser im Asphalt, ja. Das ist doch logisch. Das fand so was da alles. Dann hast du es doch den alten Scheiß lassen. Wissen Sie, wie viele Leute das nicht gehen werden? Woffentlich an wochenlich machen. Ja. Ich kann ja sagen, ich muss nicht mehr pinkeln. Ausgeschwitzt. Wir müssen keine Sonnen. Alle können hier ausgehen. Das ist strenges Druck. Das hat keiner gehört. Durch den Wind. Normal. Das ist aber immer sehr schwer. Das ist auch drückt gewesen. 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 Aber weg kann er nicht. Das ist auch drückt gewesen. 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 Ja. Das ist das drückt. Das ist auch drückt gewesen. Ja. Das war Niki's Lieblingsschnelle. Ne, das war schon. Ach, das war schon. Also, wo wir das letzte Mal hier lang gefahren sind, das stand hier eine. Hier weggerauft wird. Ja, genau. Da war es noch ein bisschen feucht. Das war frühst gleich, genau. Hast du gesehen, da war noch feucht. Das ist... Bis mal eigentlich. Ja, das wär jetzt du, das wär jeder andere. Ja, das war aber relativ mal fahrend. Ich sehe so. Schlimmer eigentlich. Oh, insand. Ich würde hier mit dem Fahrrad hoffen. Dieser spätesten Habe, im Karussell die Luft einfach empfängt. Und das ist ein Engländer. Engländer. Ja. Ich liebe diese Sterne, die sind aber noch geil. So, oben war das Ringtaxi eingeschossen. Hier ist ein Teppich, wenn wir ja irgendwo auf den Teppich kommen. Wahrscheinlich hier drauf und dann ist er hier am Tisch. Ich habe den ganzen Karten da gezählt. Hier kann man eine Achtung. Oh, Christ. Ich habe ein Foto gemacht. Das war aber jedes Mal hier. Ja, ich komme immer zur Zeit nicht raus. Das ist länger höher. Gucken wir mal, ob eine Schlange ist. Das ist der nächste Tross noch nicht da. Der nächste Tross kommt da hin. Bis zum nächsten Mal.